Herr Koch, näher. Jetzt schneiden wir den Kuchen an. Traurig, traurig. Wer will dein Stück? Patrico. Ich auch. Ich, weil ich Kameramann bin. Soll ich dich filmen, wie du am Essen bist? Ja, wie jeder von uns einen Biss reinmacht. Ist auffallen, ich muss viel mehr Neiser mein Bild reinpacken. Das gibt wieder mehr Klicks, weil Neiser ist viel zu wenig zu sehen. Das ist schön, kranker Wobbel. Doch, Kache. Was? Schatz, Rico stellt sich wieder genau vor Neiser. Wieso macht ihr das die ganze Zeit? Ja, hier. Komm mal, Leute. Du hast schon auch gegampft. Ah ja. Das war ein alter Esser. Wir wollten doch zusammen essen. Ja. 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 Ja, genau. Das Video startet schon, ne? Ja. Ja. Einer kann schon mal die Fernseher machen. Ja. 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 Ja.